das ist romane ja das sind alles privat zu haben muss aber nur muss aber nur gucken was die anbieten und so weiter und so weiter keine ahnung muss einfach eingehen testen geschmackssache das ist wirklich geschmackssache zielcote er ich finde zielcote er ist wirklich fast das gleiche hallo how long it will take to get level 19 with bot oh i don't know i don't know week maybe one week i don't know i was every time in a party so i was fast level up i was level up in two days in two days i was level 19 die frage ist was für donate ob sich das wirklich lohnt weiter zu spielen hektor ich weiß es wirklich nicht weil ich habe echt schiss davor ich habe echt schiss zu spielen hektor you are alone in this server make global search guide and yeah it's better it's better eurus roh den kenne ich nicht den kenne ich nicht ich muss einfach malen es ist ich muss was wir da es ist es ist es noch malen so maybe we can try my chest plus 11 muss ja nicht heute sein ja die frage ist wann spiele ich mal wieder Hector weil das ist mir echt ein bisschen zu gruselig zu gruselig 1, 2, 3, 4 5 frau ich erstmal ach konnte ich doch 6 kaufen konnte ich doch 6 kaufen pass auf machen wir jetzt auch ich versuche jetzt meine chest und einen noch Delti shit happens Delti ist einfach alles shit happens Lucky ist drin da sind sogar noch 2 Luckys drin I'm lucky ja was wollen wir probieren what I can try to plus 11 my legs my legs my shoulder my hands or my shoes or maybe accessory what I need to try try to plus 11 Pluto A Willkommen Danke für dein Follower Viel Spaß Ein Level 60er Gap 60er Server Gap Also ehrlich da hätte ich keine Lust drauf Die Skills alle noch so low man hat keine Ahnung Also das wäre nicht nichts für mich Wir könnten theoretisch Hector dann am Wochenende nochmal spielen Sollen wir jetzt wirklich wagen auf plus 11 versuchen Delti ist alles scheiße Delti ist alles scheiße Aber wir sind low Viele haben schon 12 plus 12 und 13 Set Das regt mich auf Das regt mich echt auf Das regt mich wirklich auf Nein Ja mach ich es nicht bleib ich immer low Normalerweise ist mein Motto ja Eddie needs donation for motivation aber ist okay ist okay Again Immortal Steady Lucky Go plus 11 Come on Don't fail Oh my god Immortal weg Plus 10 ist nicht low Doch Plus 10 ist low Plus 11 fail Fuck Fuck Wieso konnte es denn nicht einfach gehen Komm I'll try it I'll try it first Again Plus 7 Na Charakter braucht man ja nicht unbedingt zu löschen Ist ja nur eins auf Ist ja nur eins gefehlt Von daher Nicht schlimm Haben wir einmal gemacht Haben wir einmal gemacht und nie wieder Es sind nur zwei Sachen auf plus 11 gegangen Zwei Sachen Das war mir zu viel Wenn du schon gut sein willst hier auf dem Server musst du wirklich plus 13 Set haben Komplette Set Das Gute ist wir haben noch komplett Sun Accessories Die hat auch nicht jeder für die auf dem woher gete ring und flag from shop The flag, the flag from Magic Pop, only from Magic Pop. The ring, you can make two from Magic Pop, but it costs six. It's for real money. For the lucky dress? You mean, what do you mean now? We need lucky stone, we need lucky stone. We need lucky stone. Yeah, you can get, you can get here. I think you mean that. You mean this here? What? Ach ne, not there. Maybe this here for Avatar? Oh, what do you mean, Magic Pop? The flag you can get only from Magic Pop. Yeah, you need buy Magic Pop. So, Aras, Aras. Not, that's not Magic Pop. So, Aras, ah, flag here. Yes, flag. So here you can buy for male and female. But it's hard, it's hard. It's really hard. So, let's try plus 8. No problem, no problem. So, immortal, steady lucky, go plus 8. Fuck. Fuck. Now only fails. Now we will get only fails. Oh my god. Oh my god. Go, plus 6. And, 7. Come on. So, we can try again. Plus 8. 8. No, plus 7. This was fast. Okay. We need, lucky stones. Okay. We need, lucky stones. Okay. So, plus seven, yeah, come on. Immortal, steady, lucky, go, plus eight, yes, plus eight, maps, hi, willkommen, so, it's plus eight, go, plus nine, go, plus nine, go, plus nine, go, plus nine, fuck you, oh my God, it's hard. Horrorspiele, nee, heute nicht, ich denke mal die Woche nicht, ich muss ja noch Hector zu Ende spielen. Ist mir zu hart und zu gruselig. Ist mir erst zu gruselig. Aber wir werden es auf jeden Fall noch versuchen durchzuspülen. Darauf wartest du? Alles klar, alles klar. Ich glaube, darauf warten viele, ne? Wieso fällt es? Wieso? Wieso? Warum? Warum? Wieso? 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 nicht mehr plus sechs hallo willkommen ja was heißt arm damit theoretisch könnte ich noch ein komplettes set kaufen die ja